WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten! WDR mediagroup GmbH Da sind wir! Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt Da, nehmt den Steingriff Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten Danke für all eure Hilfe, Wolpe Viel Glück Hauling! Hauling! Ja! Auf und da hat sich die Jugend der Stadt versammelt Und unserer ehrenwerten Delegation die Planken hinter dir zu bringen Ich suche Yppmann, der hat ein Schweineglück Bei mir ist nicht Wenn ich diesen Bastardo jemals wiedersehe No Nicht Auf und da hat sich die Branche unter den Schrecken, die diese Kreatur verbreitet Ihr dürft nicht hier sein! Geht! Hey! Ihr solltet nicht hier sein! Geht! Geht! Lass sie den Zaun Gottes spüren. Der Teufel versucht unsere große Stadt. Der zerstört all das Gute und Gott ist nur für Wut, das unser Leben ausmacht. Weiß die Krämmung in die Schande. Byron hat mir nichts vorrauf. Ein Vergnügen, kommt wieder. Auch ich kenne die Angst, meine Freunde. Auch ich leide unerkannt. Dieses Jahr ist der Preis für 5.6% geschehen. Das war's für 5.6% geschehen. Das war's für 5.6% geschehen. das war's für 5.6%. Wie lange müssen wir hier stehen, Saferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Hup, hup, oh! Hup, hup, oh! Hey! Lenzio- Ah! Oh, come on. Oh, come on. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe.